Was ist dein Lieblingsessen? Schreib mir das einfach mal unten in die Kommentare. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst die Disney-Prinzessin, das märchenhafte Abenteuer. Und ich habe die Königreiche alle fertig, nur der Kobold hier. Der hat alle meine Elfenfreunde gestohlen und ich versuche ihn jetzt zu schnappen. In der letzten Folge habe ich das nämlich nicht geschafft und ich versuche es jetzt aber nochmal hinzukriegen. Da ist er mir nämlich entkommen mit all meinen Freunden und das geht natürlich nicht. Also auf geht's, ich beeile mich jetzt ganz schnell. Ich war zu langsam letztes Mal, ich war einfach zu langsam. Ich werde jetzt hier gar nicht groß rumwirbeln, ich versuche das jetzt hier so schnell es geht. Geh da hoch. Aber das ist gar nicht so einfach. Und weil der verstopft mir hier auch immer den Weg, ne? Mit den kleinen Schutzkobollen hier, mit ihren Schutzschilden. Aber ich beeile mich. Ich habe auch noch dieselben Sachen an. Ich konnte nämlich nicht auf Pause machen. Das heißt, ich habe jetzt eure Kommentare noch nicht unter dem letzten Video gelesen, wo ich das hier aufnehme. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Der Riesenkobold muss ja besiegt werden. Das war jetzt erst mal wichtiger, ne? So, und zack, und zack. Komm, komm, ich halte dich auf. Ich halte dich auf. Hör auf da. Hör da auf. Geh da weg. Oh, das war knapp. Mal sehen. Eins, zwei, drei, vier... Das ist seltsam. Einer der Elfen fehlt immer noch. Ich sehe immer lieber bei den Portalen nach. Oh je, ich glaube, ich weiß, wohin er gegangen ist. Dieses Portal führt zu Prinzessin Tiana. Oh, wie schön. Oh, ich habe ein neues Kleid gefunden. Gut gemacht. Das ist ja schön. Ah, und dann ist das letzte Portal jetzt dran. Aber guck mal, hier habe ich noch gar nicht aufgemacht. Oh, Bala. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier... So. Ein Blümchen. Dann geht es noch zu Prinzessin Tiana. Oh, da gibt es nur ein Kapitel. Schade. Naja, ich fange mal an. Willkommen in Tianas Palast. Ich heiße Tiana und bin hier die Besitzerin und Köchin. Welch Freude, dich kennenzulernen, Tiana. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Es tut mir leid. Ich fürchte, du kommst gerade nicht sehr gelegen. Ich war gerade dabei, mir in der Küche ein paar neue Rezepte zu überlegen, als hier plötzlich absolutes Chaos ausbrach. Ich hoffe, wir können heute Abend pünktlich aufmachen. Vielleicht kann ich dir helfen. Was ist denn los? Weißt du, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber auf einmal gingen alle Kerzen auf den Tischen gleichzeitig von ganz allein aus. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum. Das klingt, als könnte ich es hinkriegen. Oh, das wäre mir eine riesengroße Hilfe. Vielen Dank. Finde die Kerzen auf jedem Tisch und setze Wirbelzauber ein, um sie anzuzinden. Das mache ich sehr gerne. Oh, guck, die hat so ein schönes Kleid an. Ah, das ist so hübsch. Irgendwie ist die... Ah, hier passt es mit der Helligkeit. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist die Helligkeit da ganz merkwürdig. Ich, ähm, guck mal da auf der anderen Seite ist wahrscheinlich noch was. Ja, vermutlich, ne? Wusstest du, dass Tiana die erste schwarze Disney-Prinzessin war? Es gab vorher keine, keine schwarze. Und, upsala. Ich fand den Film übrigens total toll. Also, Küss den Frosch ist ein ganz, ganz schöner Film. Der ist so süß. So. Ah, ich kann hier oben einmal ganz rum. Ach, guck mal, mit so einer Bühne und mit einem coolen Kronleuchter und so. Das ist schon super, super schön. Das ist echt ein hübsches Restaurant. So, und der letzte. Du hast es geschafft. Jetzt bin ich aber hin und weg. Der Speisesaal sieht so viel besser aus. Ich glaube, du bist die geborene Zauberin. Dankeschön. Naja, ein wenig vielleicht. Aber da war doch noch was anderes. Ich würde gern noch etwas helfen. Jetzt, wo du es erwähnst, irgendwas scheint im Kronleuchter zu klappern. Und einer meiner Kellner sagte, er hätte oben ein Kristall schweben sehen. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber wenn du kurz Zeit hast, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das für mich herausfinden könntest. Oh, den Kristall brauche ich. Ein schwebender Kristall? Das ist großartig. Ich habe ein Kristall gesucht und ich wette, das ist er. Na, weißt du, ich frage mich, ob dieses ganz spezielle Gambo-Rezept von Mama Odi helfen würde. Sie meinte, da steckt viel Zauber drin. Ich weiß nicht genau, was es bewirkt. Aber das kriegt jemand mit deinen magischen Fähigkeiten bestimmt heraus. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich würde es gern mal versuchen. Verwende den Wirbelzauber, bis jeder Gambo-Topf der Farbe des darunterliegenden Tabletts entspricht. Na gut, das mache ich. Das ist ja eine lustige Idee. Ich habe noch nie Gambo gegessen, tatsächlich. Ich schätze, es ist ein Eintopf, wenn das hier so auf einem Topf steht. Aber ich mag gerne Küche aus aller Herren Länder, tatsächlich. Also es gibt ja ganz viel. Ich mag italienische Küche, also Nudeln und Pizza. Ich esse auch total gerne asiatisch, also japanisch, chinesisch, vietnamnesisch. Ich mag es total. Und ich glaube, mein allerliebstes Lieblingsessen. Es ist schwer zu sagen, ich mag auch die deutsche Küche. Aber so zu meinem Lieblingsessen gehört schon... Oh, fertig schon. Da ist er im Kronleuchter. Ne, da oben. Sieh mal einer an. Da oben ist tatsächlich ein Kristall herumgeschwebt. Ich glaube, er ist oben gelandet. Ich schau mal. Verfolge den Kobold mit dem Kristall. Das mache ich. Zu meinem Lieblingsessen gehört schon so Nudeln mag ich gerne mit, weiß nicht, so Bolognese oder als Lasagne oder so. Also da gibt es, das mag ich gern. Und so asiatisch gebratene Nudeln mit so allerlei Gemüse drin. Und ob mit Fleisch oder mit Tofu oder ohne ist dann egal. Das mag ich total gerne. Ich glaube, das wird jetzt mal eine Frage der Folge. Was ist dein Lieblingsessen? Schreib mir das einfach mal unten in die Kommentare. Sieht den Cursor auf jeden Kobold. Sobald sich der Cursor in einen Stern verwandelt, klicke die Maustaste, um deinen Zauber einzusetzen. Das mache ich. Kommt schon, ihr Kobolde. Ich schnapp euch. Ha. Ähm. Haha. Erwischt. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt ist alles wieder unter Dach und Fach und wir müssten jeden Moment öffnen können. Sehr gut. Hoffentlich kommst du mich bald wieder besuchen. Ich werde dafür sorgen, dass ich eine Schüssel Gambo und frische Beignets für dich habe. Ich bin ja froh, dass ich helfen konnte. Und ich komme bestimmt bald mal zum Abendessen vorbei. Alles duftet so lecker. Glückwunsch. Du hast dieses Kapitel abgeschoben. Das war ja kurz. Oh, das war aber wirklich sehr kurz, oder? Ich husch mal in mein Königreich der Feen zurück. Das war ein unglaublicher Tag. Ich bin so froh, dass die Elfen wieder Elfen sind. Und ich werde nie wieder fortgeschrittenen Zauber anwenden, solange meine gute Feenicht hier ist, um mir zu helfen. Ich möchte diese Kobolde nie wieder einfangen müssen. Oh, sieh nur, der Garten ist wunderschön, wenn nur die Elfen hier wären, um sich um die Blumen zu kümmern. Vielleicht, wenn ich eines Tages eine gute Fee bin, kann ich wiederkommen und die Prinzessinnen besuchen. Hoffentlich. Aber bis dahin muss ich noch üben, damit ich eines Tages wirklich Träume von Prinzessinnen erfüllen kann. Nun, wie es aussieht, sind wir am Ende unserer Geschichte angelangt. Was für ein wunderschönes Ende. Da die junge Feenschülerin so mutig und hilfsbereit war, lebten alle Prinzessinnen glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Willkommen zurück. Du kannst dein Zimmer anpassen, dich um den Zaubergarten kümmern, Dinge einkaufen. Ja, das war doch schön. Jetzt ist das tatsächlich schon zu Ende. Ich mache jetzt hier die Kiste hier vorne noch auf, natürlich. Das mache ich jetzt noch. Und ein Blümchen. Und natürlich würde mich interessieren, wie hat dir denn das Spiel so insgesamt gefallen? Wie fandest du es? Es kommt heute auch noch ein neues Video auf meinem Kanal, wo du wieder abstimmen kannst über das nächste Spiel. Das ist schon da, glaube ich. Die Disney-Prinzessin kommt ja um 15 Uhr. Das Abstimmungsvideo kam schon vor einer Stunde. Also auf meinem Kanal findest du das. Da kannst du über das nächste Projekt abstimmen. Denn, ähm, da drüben ist die Kiste, ne? Denn das war jetzt natürlich dann die letzte Folge der Disney-Prinzessin. Und ein neues Spiel muss her. Also kannst du abstimmen wieder, welches das nächste Spiel sein soll. Ich bin gespannt, wofür du dich entscheidest. Ich verlinke dir das Video jetzt hier auch, damit du, damit du, ein Blümchen. Du hast es geschafft. Damit du es, ähm, auch sofort finden kannst. Und bin gespannt, was, was für ein Abenteuer wir das nächste Mal gemeinsam erleben werden. Jetzt danke ich dir sehr fürs Zuschauen und dass du mich bei dem Projekt so schön begleitet hast. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Spiel. Ich hoffe, du auch ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Deine Damakasch Bis zum nächsten Mal.